Stell dir mal vor, du schreibst deiner Crush einen Liebesbrief und sie gibt ihn dir einfach direkt wieder zurück. Und damit nie jemand davon erfährt, willst du ihn in den Müll schmeißen. Wie oft sollst du ihn dann zerreißen, damit ihn niemand rekonstruieren kann und nie jemand erfährt, was du geschrieben hast? Wenn du den Zettel zerreißt, dann machst du das ja wahrscheinlich so. In der Mitte zerreißen, doppelt legen, wieder in der Mitte zerreißen, doppelt legen, Mitte zerreißen, doppelt legen und so weiter. Mathematisch kann man das so aufschreiben. 1 mal 2 hoch n. n ist die Anzahl der Zerreißungen. Also wenn wir es zum Beispiel einmal zerreißen, kommt hier oben eine 1 hin, dann haben wir 1 mal 2, das sind 2. Nach einer Zerreißung haben wir das Papier in 2 Stücke zerrissen. Und ich würde mal sagen, dass wir es in 1000 Stücke zerreißen müssen, damit man es nicht rekonstruieren kann. Unser gesuchtes n hier oben kann man jetzt super mit dem Logarithmus berechnen. Und zwar mit dem Logarithmus von 1000 zur Basis 2. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf einen Wert von ungefähr 9,97. Das heißt, bei 9 mal zerreißen hat man die 1000 noch nicht erreicht. Bei 10 mal zerreißen hat man die 1000 dann aber locker erreicht. Und man kann sich sicher sein, dass man das Ganze nicht rekonstruieren kann. Unser Tipp, damit du das Ganze aber gar nicht erst machen musst, zeig dir, dass du so eine Rechnung in nur 2 Sekunden lösen kannst. Was, das kannst du nicht? Dann folge uns mal schnell. Im nächsten Video zeigen wir dir, wie man das macht. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.